Das Faszinierende an Gangbang ist, du kennst heute am Brunensee ein Gangbang. Die Typen sind morgen alle beim Gangbang in Kiel. Ich weiß nicht, wenn dir jetzt zum Beispiel eine Tapetenkleisterladung ins Gesicht gepfeffert kriegt und dann zuckt der immer so und freut sich des Lebens. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von D2 von der dritten Renn. Und ich wollte mich einfach mal, oder wir wollten uns bedanken für das total viele positive Feedback. Also wir sind super überrascht und begeistert, dass euch das so gut gefällt, unser blödes Gelaber. Das freuen wir uns riesig. Und was auch gesagt wurde, dass wir die Folgen mal so ein bisschen länger machen sollen und deswegen quatschen wir heute noch ein bisschen länger, weil ich die Umrundsruhe. Genau, so ist der Plan. Man sieht ja, heute mal räumlich getrennt, aus terminlichen Gründen sitzen wir nicht nebeneinander, aber das verkraften wir. Gerade so, gerade so, ganz schön. Ja, genau. Und ich hoffe, dass das auch perfekt aufnimmt hier mit unserem Chaos, mit den Mikrofonen und Lautsprechern und Kameras und so. Oder dass die Qualität halbwegs in Ordnung ist, wenn da so richtig Schrott ist, muss ich halt eine neue kaufen, aber bisher hat die immer für alles gereicht. Ja, solange man nicht ungefähr sieht und ungefähr wird passen. Ja, wäre es auch besser, dass ich einen Weichzeichner drin habe. Ja, das sieht man nicht jedenfalls. Genau. Ach so, eins wollte ich jetzt zu der ganzen Thematik noch sagen. Haben natürlich viele Fragen gestellt. Das erste ist mir da aufgefallen, da schreibt einer, ich sollte mich mal, oder die Sicht der Dinge über Gaza und die Ukraine. Leute, jeder ab einem gewissen reifen Alter hat eine eigene Sicht der Dinge, aber das gehört hier nicht in unserem Podcast. Ich habe keine Lust mit Zelensky oder Putin-Fanboys, Streitgespräche und da fehlt mir die Zeit für. Wir sind auch kein politischer Podcast. Wir waren halt einfach so random Themen aus der Branche, was witzig oder manchmal vielleicht auch emotional, aber das hat wirklich gar nichts mit Politik zu tun und deswegen wollen wir das hier einfach nicht einbauen. Natürlich haben wir unsere Meinung, aber den gehört hier nicht. Politik halt nur, wenn das in Verbindung mit dem Wissen steht und solche Sachen, wenn es gewisse Gesetzesauflagen gibt oder irgendwie so, weißt du, da kann man drüber reden, aber nicht über Gott und die Welt. Da kriegt man auch nur Streit. So, jetzt fangen wir an. Also, tausend Fragen. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel, ach, da sind wir schon im Thema drin, die witzigste Szene oder die schwerste, was am schwersten zu machen ist. Also, die schwerste, kurz und knapp, da berichte ich nachher auch noch drüber, das ist eine Serie, die heißt Frauen im Sof... Ja, ich erinnere mich. Genau. Ja, also, das war früher eine DVD-Serie. Wie gesagt, die hieß Frauen im Sof. Es hat wohl noch einer so fürs Internet gedreht. Du warst dabei. Eine, ohne Gott, eine der weirdesten Szenen, die ich stelle, was jetzt nicht da runterkommt. Und, ja, und natürlich die witzigste Szene, also über die Frauen im Sof, das vertiefen wir nochmal, vielleicht heute. Weil wir ja da beide aus unserer Sicht der Dinge berichten können. Nein, und die lustigste Szene, also es waren natürlich den ganzen Szenen viel, viel lustige Sachen bei oder chaotische oder wo man sich kaputt lacht. Wie gesagt, ich habe da Material für Jahre, wenn ich davor berichte. Aber so grundsätzlich witzig finde ich, wenn ich bei Gangbanks dabei bin, ehrlich gesagt. Und was, findest du da lustig? Also für Männer oder das ganze Zettel? Das ganze drumherum. Also wir fangen gemütlich an. Es gibt ja verschiedene Arten Gangbanks, so zum Beispiel bezahlten Gangbanks, wo dann eine Frau, was weiß ich, ihren Ohr loskriegt und alle Männerzahlen eintritt und move die dann weg. Ich rede aber jetzt vom Film Gangbanks, wo dann halt die Kamera dabei ist. Ich glaube, manchmal ist das jetzt auch so, wegen der neuen Gesetzgebung, wo wir gerade wegen gesetzt sind, tun die so, als wenn die das filmen würden. Aber eigentlich ist es auch, einen Eintritt abzukassieren. Genau, man muss ja immer irgendwelche Gesetzeslücken finden und das ist ja dann eine Lücke, wenn man es darstellt, als wäre es quasi eine Produktion, eine Filmproduktion, obwohl es das eigentlich nicht ist. Aber dann darf man das ja, also quasi diese Graut. Das nervt dir dann zum Beispiel, wenn man so einen Partycharakter hat. Also ist grundsätzlich keine Filmproduktion oder eine Fake-Filmproduktion, wenn zum Beispiel im Hintergrund an der Theke GEMA-pflichtige Musik läuft oder so. Dann können die ja, die Leute dieses Film-Material gar nicht veröffentlichen. Also ist die Kamera nur ein Alibi, falls Kontrollen kommen, bla bla bla. Also Dummfuck. So, und das Witzige daran ist, wenn zum Beispiel Ehepaare kommen, also die Frau macht den Gangbang, wir reden jetzt ab 10, 15 Männer. Ab wann ist es denn eigentlich ein Gangbang? Also ab wie vielen Männern ist es ein Gangbang? Ich denke so ab, ich weiß nicht, ich glaube so 6, 7 oder so. Bei 5 würde ich noch sagen, das ist den Zentralären-Überschuss. Okay, okay. Also ich würde schon sagen, eigentlich so ab 3, weil 2 ist es dann 3, ja. Gut, ein 4er gibt Augenlach. Ich glaube dann vielleicht ab 4, wenn es 5 Leute sind. Ja, ja. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer auch eine Definitionsfrage. Oder? Das ist, glaube ich, eine Definitionsfrage. Aber 7 finde ich ja dann schon ganz schön wie der Peel. Also ab 7 ist ja dann schon ordentlich, wa? Ja, die 7, also pass auf, das ist ja so, du warst ja jetzt nun mal dabei. Ja, also 2, leiser. Und es ist jetzt einfach so, es gibt ja auch Gangbangs, wo 15 Männer sind oder so, aber wenn nur 2 was bringen und die anderen stehen in Höhe, würzen rum. Also Leute, ihr solltet zum Beispiel mal, wenn ihr jetzt einen Gangbang-Film seht, deswegen muss ich schon so lachen und die Frau wird unten dann, was weiß ich, 2 hier und unten und so und die wird dann richtig weggearbeitet und die hat auch richtig Bock und dann stehen hinten die ganzen Pappnasen rum und da guckt einer, der weiß gar nicht, warum auf der Welt ist, der steht dann nur so rum und guckt und freut sich des Lebens und man kann sich auf diesen Filmen gar keinen mehr runterholen, weil man immer die Pappnase da hinten sieht. Weißt du dir das? Also komm mit die Gold. Es ist cool. Ja, ja, deswegen. Das guckt man aber wirklich an, das guckt man jetzt nicht, um geil zu werden, sondern weil es irgendwie voll witzig ist, ne? Das ist schon. Oder wenn du, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja viele, dann sagt man, wir filmen, es hängt ja mit auch gesetzlichen Vorlagen, mit ID-Shots und mit den Leuten zusammen, du wirst es ja von jedem einen ID-Shot haben, deswegen sagt man, wir filmen nur die, Bauchnabel unterhalb und die Gesichter nicht, was wirklich manchmal nützlich ist. Und gut, ich bin jetzt natürlich nicht in der Position, über das andere Aussehen anderer Menschen lustig zu machen. Nein, und man filmt dann halt bis unterhalb des Bauchnabels und ihr könnt aber eine Maske aufsetzen. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist ja Ort in diesen Gangbangs und diesem Masken. und ich, wenn ich das schon sehe, so, ich hab da so, ah, ich finde das ganz unangenehm, also ein Typ mit so einer Maske, weil ich das früher auch mal gemacht habe, ich finde das ganz, ganz unattraktiv, so, wenn ein Typ vor mir steht und so eine Maske aufhat, also da geht's bei mir nicht mehr. So, ich finde das nicht sexy, oder? Also gut, nein, nee, pass auf, jetzt ohne Quatsch, jetzt hier, du hast ja da, an deinem, an deinem, äh, Kopfhörer hast du eher so Öhrchen oben dran oder so, ne? Ja, genau. Und es gibt wirklich Gestalten, die haben solche Katzenmasken auf, so Typen mit so Schlitzen und das kann man nicht für voll nehmen, wenn der so, weißt du, so. Oder wenn, was ich auch so richtig, also schön finde, wenn die Masken nicht so richtig sitzen und dann ist das alles so locker und das sieht einfach total komisch aus, das sieht halt einfach aus, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht so, so ein Comedy-Film oder so, als wäre das überhaupt nicht ernst gemeint. Das Lustige ist ja aber daran, dass sie das total ernst meint. Die denken, das ist hundertprozentig ernst. Wenn es nicht ernst gemeint wäre, dann wäre es ja auch nicht witzig, aber weil es ernst gemeint ist, ist es lustig bei denen. Und, sagen wir jetzt, Maskenthema mäßig, äh, die sind natürlich auch so doof, äh, da kriegen sie ja keine Luft, haben eine Schienmaske auf, hier mit Gucklöchern und dann ziehen die die halt so hoch und machen dann weiter und denken, die werden noch maskiert. Und du erkennst die eigentlich oder sowas, wo du eigentlich alles erkennst, wo ich mir denke so, das hättest du jetzt eigentlich auch klemmen können, die Masken, weil du siehst, du weißt, oder nur so über die Augen, wo du genau siehst, der hat dann vielleicht noch sehr ausfällige Tattoos oder so und du siehst das, wo ich denke, hä, dann lacht es doch gleich, ich gucke, es bringt gerade gar nichts. So, ja genau, das ist also die Masken und jetzt die Bannbreite der Typen, die da hinkommen. Man sieht ja dann, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe diese Gangbanks, ich habe viele mitgemacht, sei es als Kameramann oder, äh, oder als Darsteller. In letzter Zeit war dann halt nur noch, weil ich halt so verbal, äh, so gelagert bin, äh, weil diese Gangbanks, das sind ja halt alles, ich weiß nicht, was, die Männer, ich kriege das manchmal nicht im Kopf, das ist wie ein Sturmfilm, ne, da hast du zehn Männer dann und eine Frau, die Frau stöhnt, und die stehen dann halt alle da rum, und dann sage ich auch, Leute, der Tonfilm wurde vor 100 Jahren erfunden, aber die kriegen nichts rüber, und ich bin jetzt halt da immer gebucht worden, äh, um die, sagen wir mal, um die Frau reinzuführen, ein bisschen Stimmung zu machen, oder, dass da überhaupt was passiert. Ja gut, aber besser nicht reden, anstelle, dass du halt, also manche können es halt ja einfach nicht, was ja nicht schlimm ist, aber anstatt, dass du so einen richtigen Walk redest, oder so, so mit Zwungen redest, das finde ich richtig unangenehm, dann lieber die Frisse halten, oder? Ja, ja, naja, und es geht ja auch darum, äh, also jetzt nicht nur um Stimmung zu machen, aber so, wenn du jetzt zum Beispiel, dass einer das koordiniert, weil, da ist ja dann nur der Kameramann bei, ne, der ist dann auch sehr krumm, zu den Leuten, hab ich schon mitgekriegt, so schubst die zur Seite, weil die das Bild verdecken, der muss sich ja die Bilder holen, der kann die ja nicht positionieren. Ja, und die sagen, dass er vorher so, so soll es sein, aber die, wenn die dann in ihrer Geinheit drin sind, dann wird alles vergessen, was vorher eigentlich an der Regelung da war, und im Augenblick nur Scheiß ist, ne? Ja, und dann ist das natürlich so, dass er, was weiß ich, da ist so ein massiger Typ, war harter Arsch, der liegt dann, äh, auf die, missionarsmäßig, auf die Frau, du siehst von der Frau nur noch zwei Füße in den Himmel, und dann nichts, und das ist ja dann, und der schöne behaarte Arsch, das ist doch nie. Ja, aber willst du, der Film, und da bin ich auch, der Arsch, wie der so schön, das ist ja so unglaublich, ich denke, ich hab schon auch viel geschissen, aber es ist ja wahrscheinlich, die Minderheit, und man möchte ja nur machen. Ja, und dann hört man manchmal in dem Film, auch wie so ein komischer Kowalski sagt, irgendwann, mein Meister hier nicht verlieben, äh, lass andere auch mal dran, oder so, weißt du, so, weil der, der ist ja dann in seinen Filmen, ne? Du rettest dann den Film, war wieder der Retter des Films, du. Ja, ja, nun, dafür bin ich da, ne? Ja, ja, in den Kiel. Hast du das auch mal mit? Die kann, die kann sich beamen, ja, das Gefühl habe ich auch, die sind überall, das ist ja auch, ein reichigen Gestalten. Der Neon-Inhalt, wo ich mich wirklich frage, die müssen sich doch beamen können, die können nicht das so schnell, die sind auf einmal da, dann da, dann da, dann ganz ganz blöd, also das ist wirklich der Neon-Inhalt. Gestalten. Nimm jetzt, zum Beispiel, ich war in, äh, in Dürn, bei einem Gangbang, da weißt du, die Kinder, den Typen kennst du auch, äh, der hat, äh, Der hat mal so einen Pornospruch gebracht, anschnallen, jetzt geht's ab. Das werde ich auch niemals in meinem ganzen Leben vergessen, diese Anekdote erzähle ich immer so. Das ist ja auch von Insider bei uns geworden. Also das werde ich niemals vergessen. Also ich sage jetzt für die Zuhörer oder Zuschauer, wir hatten mal, da war ich als Kameramann und du als Darstellerin und dieser Typ war halt der Akteur. Und dann sagte der also zu der Lu, so anschlagen, jetzt geht's ab oder so. Ja, man muss aber noch dazu sagen, dass er gar nicht, ich sag mal, in mir drin steckte, sondern wir haben halt nur so getan, weil es halt nicht funktioniert. Ja, genau. Was ja auch nicht schlimm ist und alles, aber es hat halt nicht funktioniert. Und dann hat er halt quasi so von hinten in Anführungszeichen mich genommen oder so getan und dann, er meinte das halt so hundertprozentig, also es war halt kein Witz oder was, sonst wäre es auch nicht so lustig, er meinte das erst, ach nein, jetzt geht's ab und ich musste so lachen und dann hatte ich noch so versucht, dass irgendwie, dass man es nicht sieht, dass ich lachen muss und so das mir verkniffen und irgendwann ging's halt, ja, da hab ich nicht so angeguckt, da hast du sie auch verkniffen und dann muss ich lospusten. Nee, ich hab den Film auch wieder das Lachen in die Kleine. Also er hat das ja auch, das tat mir schon was zu mir leid, er hat das ja nicht verstanden, warum wir lachen und wir haben ja dann irgendwie, ich weiß nicht, du hast ja noch irgendwas gesagt, warum wir lachen und so, wir lachen nicht dich aus, sondern über die Situation oder so, damit er halt sich nicht schlecht fühlt oder so. Ja, vor allen Dingen dieses Anschnallen, jetzt geht's ab, das ist ja so wie beim Autoscooter eine Chemie. Genau, der Walcker, genau. So, jetzt genau dieser Typ, wo rede ich jetzt von, da war ich in Düren bei einem Gingbang und jedenfalls hat der da auch nicht funktioniert, das ist wohl einer seiner Lebensweisheiten Erektionen vortäuschen. Jedenfalls war der nicht da, also war der nicht da am Start und dann irgendwie drei Sekunden hat er wohl so eine Erektion gehabt, dann sprang der da auf die Frau, machte das Kanickel so, aber wirklich wir reden jetzt von ein paar Sekunden und dann am nächsten Tag war ich hier in Gelsenkirchen bei einem Gingbang du weißt, wo ich meine. Ja, ja. Und da war der Typ dann auch da und dann, weißt du, da saß er mit den ganzen Typen dann da und so oh, gestern hier, ich weiß den Namen nicht mehr, die Maria, die habe ich kurz so klein, ich denke, das ist jetzt das hast du mir schon mal erzählt vor allem, wenn man einfach genau weiß, wie es wirklich war der erzählt das so und aber du hast ja nichts gesagt, du hast dann wirst du in dich reingelassen Nee, was soll ich ihm das sagen? Nee, das ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch, ist ja nett von dir ich sag mal so, es ist ja nett von dir er kann sich freuen, er kann sich fühlen alle anderen denken, wo das ist der Held oder kennen ihn vielleicht auch schon Nein, wenn ich dann, weißt du, natürlich ich lache dann oder so alleine, aber wenn ich den jetzt so bloß stelle oder nackig Nee, das macht man nicht Nee, erstens bringt man da die Stimmung von den Gingbang auch durcheinander und dann fühlen andere sich ja auch unter Druck gesetzt, wenn Kowalski dumme Sprüche reißt Ja, das ist auch gemein wenn er sich fühlt und dann er nicht irgendwas Böses sagt oder so oder die Frau so schlecht macht dann würde ich was richtig sagen dann geht's ab aber solange er sich nur gut wie er euch sagt warum soll ich ihm jetzt leiden Genau, genau, und so sind die alle die gestalten vom Bodensee bis Kiel immer dieselben ich bin auch der Überzeugung die brauchen das so gemeinschaftliche nackig da rumstehen oder der Geruch Na, das ist ihr Fetisch also das ist genau der Fetisch die wollen keine einzelnen Sachen oder so, die wollen halt genau diese Atmosphäre deswegen reißen die auch überall sonst könnten was sie auch anders haben wenn sie auch so einer Prostituierten gehen oder so da hat einer die braucht genau das Ne, die brauchen diesen diesen ich sag's mal Siff weil wenn die irgendwo ein rosa rosa plüsch Wasserbett hingelegt kriegen mit einer hübschen Frau dann funktioniert das nicht da müssen mindestens drei Typen zugucken oder so weißt du Ja, ja zum Beispiel der wo ich auch immer sehr drüber lache sind ja die meisten Frauen haben ja sind ja in einer Beziehung der Mann kommt mit oder der Freund oder wenn da die Action ist ne so was weiß ich alle Mann und die Frau rum ich beruhe dann über den Ehemann an sein Gesicht weißt du wenn die jetzt zum Beispiel eine eine Tapetenkleisterladung ins Gesicht gepfeffert kriegt und dann zuckt der immer so und freut sich des Lebens weißt du das ist dir sauber aufgefallen na das ist ja wirklich also ich glaube die meisten die das auch machen sind ja so Krughold mäßig veranlagt also die stehen ja darauf wenn genau das passiert und denen geht da halt dann auch voll einer ab ich glaube wenn du das nicht geil findest dann ist das ja auch eher schwer sich sowas anzugucken du musst glaube ich sowas geil finden um deine Frau das machen zu machen oder ja ja genau ja und dann also es gibt über Dingbanks ich glaube da könnten wir uns noch wochenlang drüber unterhalten ist wenn du ein Anfänger bist eigentlich ist es am einfachsten bei den Gangmengen einzusteigen weil man ja äh äh sich ein bisschen zurücksiegen kann weißt du andere machen da die Aktion dann kann man sich in Ruhe aufbauen konzentrieren und wenn das Ding dann steht äh dann springt man da rein ins Geschehen bei dem Fokus ist halt wichtig nur auf dir sonst ist ja wirklich der Fokus nur auf dir und so ist das halt nicht ja ja eben halt natürlich angenehmer so ne so das würde mir jetzt so einfallen wenn ich Anfänger wäre und jetzt kommen wir zu den Anfängern die überall da hingehen die meisten also ich glaube äh 80 90% der Gangmengen sind ja AO ne oder da gibt auch viele die es nicht sind also ja gut und jetzt denkt mal drüber nach Leute ihr unterschreibt Verträge wenn ihr da reinkommt äh äh mit euren Namen und dass ihr über 18 seid und Bilder und Verträge wie gesagt die Produktion haben eure Namen und jetzt stellt euch mal vor AO und die Frau wird schwanger ja so jetzt denkt mal nach da müssen von den Gangbangs jetzt stelle dir vor die wirklich wirklich das Kind Vater unbekannt ne da denken die Leute gar nicht drüber nach die haben da reingesemmelt und fertig jetzt die Frage ist das schon mal passiert so eine Situation wer hat mich so eingeschäubt ach so ich kenne so einige die Gangbangs gemacht haben die waren auf einmal schwanger und ja ich kenne da auch eine andere ja und man weiß man weiß ja nicht ob es der Mann war oder Gangbangs ich halt ne ja der Mann meint hat er war es und das war der golden Schuss ja ja genau gut wollen wir uns nicht drüber unterhalten jetzt stell dir mal vor die sagt am Vater unbekannt oder ich oder die sagt ganz knorren an wenn es um Unterhalt geht ich war beim Gangbang ja wir waren alles da ne so jetzt hat er 30 Verträge mit den Namen und jetzt stell dir vor diese 30 Typen kriegen bescheid Vaterschaftstest das wäre doch mal das wäre doch interessant wenn es sowas geben ja ja das wäre doch voll pass auf und dann sagt er und dann pass auf und dann kommt noch dieser Typ der sagt anschnallen jetzt geht's ab er hat genau 3 Sekunden da drin gesteckt und der ist der Vater der Trottel weißt du wie ich meine und dann hast du hier 18 Jahre plus da kannst du hier Ferrari für lesen weil du 3 Sekunden beim Gangbang dabei warst kann passieren ja aber das muss man sich vorher bewusst dann machen die Leute sie halt keinen Kopfdruck aber jetzt ohne Quatsch weil das Problem ist jetzt wollen wir so sagen jetzt verklagt die Frau den Typen auf Vaterschaften oder so ne was will der denn den Richter sagen ach Leute das war ja nicht ernst gemeint das war ein Gangbang ne der Vater ist der Vater dann kann er machen wir das ist mir nur mal so das ist mir nur mal so aber ja du hast recht ich hab mich noch nicht drüber nachgedacht aber jetzt wo du es sagst ja theoretisch aber ich hab auch noch nie über sowas nachgedacht das war nämlich die meisten nicht aber du machst dir natürlich über die richtigen Themen das nehmen ja weil ja das ist ja jetzt auch so dieses dieses Charakter von Gangbang oder gerade A.O. ist ja dann alle pumpen da rein und das Schlamm schieben und so das ist ja für die richtiges Genuss ne ja na ja klar darum geht es ja nicht ne und dann glaube ich auch so dieser Gedanke wow ich könnte ja die Frau besprengert haben also wenn es dann wirklich passiert dann oh mein Gott aber dieser Gedanke grundsätzlich ich hab bald rein gepumpt und theoretisch könnte das passieren ich finde ja auch viele geil dieses oh hast du die Pille genommen nein oh du bist genug fang so das halt aber wenn es wirklich passiert sag mal aber erst mal dieser Gedanke gemacht bleibt erst mal geil manche Leute ich finde das ja mehr so in der Story witzig aber jetzt im Echten nicht vor nur für die Story nur für die Story wäre ja auch drauf ne was meinst du was das für Frauen so sind die da ganz unterschiedlich es gibt natürlich auch die Frauen so wie ich damals die halt kaum Erfahrung haben und sowas dann halt mitmachen und halt dann irgendwann jahre später merken oh Gott okay war nicht so dein Ding weil ich halt einfach die Erfahrung nicht hatte und sowas privat natürlich noch nie gemacht aber es gibt natürlich auch Frauen die haben da Spaß dran also ich glaube es gibt da alles Korni aber ich glaube halt Geld und Spaß sind so die Hauptgründe oder ja also ich wie gesagt ich will ja jetzt hier auch vermeiden Namen zu nennen oder so aber es gibt welche es gibt ja welche die kommen da rein die nehmen die Typen also hier und ab der nächste und so ja ja es ist also das ist schon hartkorn aber manche sind halt denn auch es gibt ja welche die machen das ja über Jahre auch an Frauen und das ist halt die sind halt schon so im Game drinne da habe ich halt dann auch das Gefühl sowas habe ich dann auch mal gesehen dass die halt unfassbar so wie du das jetzt auch gesagt hast unfassbar abgebrüht sind also ich glaube da ist dann auch schon gar kein Spaß mehr aber auch nicht dass sie sich nicht wohlfühlen das ist einfach so ein richtiges Geschäft das ist das Geschäft zack 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 ohne groß drüber nachzudenken und ich glaube da brüchst du halt gerade in diesen Gängen bei den Gängen glaube ich brüchst du halt extrem schnell ab also ich habe das damals ja auch gemerkt und ja wenn du das dann wirklich jahrelang machst wie manche Frauen ich glaube dann hast du da glaube ich eine ganz ganz andere ja das ist ja auch immer so so lang wie unser Podcast 40 Minuten oder so hoffentlich und dann ist ja dann dann sind ja noch ein paar Männer über oder die die dann nichts auf die Kette gekriegt haben und dann hockt die Frau sich halt noch tapengleißer mäßig verschmiert in der Mitte und sagt dann so jeder semmelt noch mal auf mich drauf oder so da sieht man dann halt meist an den Gesichtern ob die jetzt in den Kopf geht hoffentlich geht die Scheiße jetzt bald vorbei oder ist die Zeit bald zu Ende oder macht doch endlich hin ja ja also ich finde das sieht man wirklich krass also ich sehe das halt auch und siehst dann auf den Gesichtern und jetzt einstreckt oh ja geil komm schon komm schon aber du siehst eigentlich in den Augen so jetzt mag man ich hab heute Abend noch schön was essen und mir friedlich machen jetzt macht doch endlich mal so ne aber manche denken dann wirklich oh die ist ja ganz so geil gewesen wo wir uns dann denken wir wie das ja total geil ja da muss man ein Auge für aber das kriegt man mit oder was du sagst richtig fies ist finde ich wenn die dann so da hockt spielt an sich rum die Suppe läuft an ihr runter und dann die letzten drei geben richtig Gas um die Wette weißt du so und dann sagt sie ah ich glaub das bringt nix mehr weißt du und der Typ ist gerade hier voll am abmelden und dann steht die auf nee das bringt nix mehr also der steht dann wie doof dann so ist das lehre und wie gesagt das ist für eigentlich für so zum Beispiel so für Filmschaffende also Kameraleute haben es besonders schwer weil die ja dann irgendwo da drüber reinhalten müssen wo in der Mitte ist ein Gewusel drum und wie du Bilder rauskriegst ist halt wirklich echt ja ja man muss dann halt ein Auge für haben und man muss sich dann halt die Bilder auch holen weil du kannst die Leute nicht positionieren die sind erzähle ich auch gleich eins das ist ganz schwer und die sind auch sehr rabiat also die schumpsen dann die Typen weg geh zur Seite und weißt du also sehr verpiss dich und so aus dem Bild du stehst ich glaube welchen Typ ich würde erstmal heulen weil ich damit gar nicht klargebe das ist natürlich da musst du ein bisschen abgewichst sein oder so ich bin mir ernst aber meine Gefühle werden verletzt die meinen ja nicht persönlich aber ich hab das ja auch schon mal so miterlebt die sind halt wirklich sehr also auch keine beleidigen dass die beleidigen werden muss um Gottes würde also da musst du wirklich stark merken da musst du abgewichst sein aber die brauchen das vielleicht auch so behandelt zu werden das gibt es natürlich wenn die das noch geil sind das gibt es ja auch du wolltest du wolltest gerade irgendeine Story erzählen weißt du noch was du gerade erzählen wolltest also jetzt im Vergleich zu Gangbang fällt mir gerade ein es gab auch so das sind so wo ich dann wirklich mit dem Kopf schütteln muss oder wo ich erstaunt bin zum Beispiel eine ganz niedliche zierliche Darstellerin da waren dann 50 Männer da oder so und dann hat die zwei Runden gemacht ich hab den Gangbang hier auch noch irgendwo rumliegen also sehr gute Bilder so richtig widerlich geil finde ich aber jedenfalls sagt die mir tut die Muschi weh nach der ersten Runde am besten wir machen jetzt alle nur noch analen ja das wäre auch schon mal ich würde auch denken okay im Frussheimen da waren dann so fette Gurken mit dabei und die haben da ich weiß nicht 30, 40 Männer haben die dann da nacheinander mitgehauen und die schon von zuhören ja ja und die beute sich des Lebens also das gibt es alles ich sag ja es gibt alles es gibt nichts was es nicht gibt und es gibt natürlich auch Frauen wie gesagt ich sag ja immer wenn man sowas macht dann nicht damals wie ich halt kaum erfahre und jung dann sollte man wirklich älter sein sage ich mal vielleicht Mitte 20 Ende 20 schon einiges erlebt haben im Leben schon einiges gemacht haben und wenn man dann merkt hey ich hab da Spaß gerade da kann man das auch machen aber ich bin halt absolut dagegen schon mal gar nicht 18, 29 lasst das in dem Alter wartet bitte noch und testet euch aus das kann ich halt immer nur sagen genau das ist jetzt das Abschlusswort zu Gangbang wir werden noch in mindestens 10 Podcasts drauf zurückkommen weil dann wieder Fragen auftauchen und wir gehen dann in die Titel so jetzt Frauen im Suff also ich wurde ja gefragt hier was die schwierigsten Szenen so waren natürlich hängt das immer mit den Menschen zusammen es gibt auch manche die fatten mich dann ab oder die finden mich nicht so spaßig dann ist natürlich mit zu arbeiten ganz schwierig aber jetzt da komme ich auch darauf zu sprechen aber jetzt diese Frauen im Suff es gab dann eine Serie die hat ich weiß nicht die größte deutsche Firma rausgebracht die hieß dann halt Frauen im Suff das war damals so da wurden die Frauen Druck betankt also die kriegten dann also wir reden vom echten Alkohol und so weiter das war auch alles freiwillig ich sag's auch gleich so die haben da haben sie gefragt was trinkst du gerne Wodka bla 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 dann haben die ihr das geholt du sitzt dann als Darsteller daneben und schüttest die Einnahmen anderen ein konntest leider nicht mitsaufen weil du dann Erektionprobleme hast wenn der Hacken dicht war ist dann hat man die Lust da auch mit zu saufen wenn die da sagt hat man da Bock aber dann darf man nicht dann wenn die natürlich dann so was weiß ich getorkelt ist oder richtig breit war dann fing dann das das paragrafische an so drück ich mal aus ne ja und das ist dann schwer wenn man da keinen Bock drauf hat kein Draht zu haben so Frauen die stinken wie eine ganze Kneipe und dann natürlich die sind schwer zu handeln unkoordiniert dann zappelt da alles dann fallen die um ja logisch weil der ist halt besoffen und man wird da ja auch ein bisschen abgefüllt also klar so und jetzt nochmal drauf zurück zu kommen das faszinierende wirklich was ich nie begriffen habe es gab noch eine DVD oder einen Versuch die Serie wieder aufnehmen zu lassen nur ein bisschen anders es war natürlich jetzt jetzt wo wir von Gesetzen reden ist natürlich sehr schwierig weißt du du musst dann vorher was weiß ich Verträge dann muss die Frau dann vorher ich bin bei vollem Bewusstsein ich bin müchtern ich möchte das machen weißt du um sich abzusichern ja aber das ist ja wirklich eine schwierige Kiste weil wir waren wirklich in so einem Modus also es gab ja also ich komme mir auch gleich nochmal zu ich habe es ja auch gedreht aber ich würde sagen war sogar also ich habe mega scheiße erzählt da komme ich gleich auch nochmal zu wo ich denke ach du Kacke aber ich war sogar relativ fit noch würde ich sagen es gab ja aber andere die wirklich schon komatös waren also schon so fast wirklich dann und noch lagen und wurde was gemacht und das ist ja dann wirklich so eine kritische Geschichte wo man dann sagen kann oh okay also da muss man sich wirklich zu Hause absichern weil das kann kritisch werden ja das also und das war ja gerade das Problem für mich weißt du wenn ihr jetzt zum Beispiel ich habe da mit einer Klopfen jetzt auf die Schulter wirklich gut hingekriegt weil das schwierig war aber dann fehlte nur noch der Kampfschatten und dann rockte die halt auf den Stuhl war natürlich so abgenudelt wir reden jetzt Leute wir reden auch davon dass die ihre kompletten Körperöffnung nicht mehr unter Kontrolle haben nein was ist das was ist das ja jedenfalls irgendwie dann so abgenudelt die Aare hier gesoffen irgendwie da und ich wusste halt nur noch den Kampfschatten machen aber in diesem Moment verliebte die sich glaube ich in den Tonmann mit der Tonangel und kroch dann immer weg und ich hing dann da ich bin mal durchgedreht wie er Leute halt die doch mal fest weißt du so das war wirklich schwierige Szenen und jetzt so zum Beispiel zu uns wir müssen das auch jetzt so sagen es gibt noch ich glaube dass es das vielleicht auch nicht mehr gibt mit dem Internet wir wollen ja die Seite nicht sagen und der hatte mich halt gefragt weil ich damals mich mit diesen Frauen im Sufgut durch gekämpft habe und mir einen Namen gemacht haben und gesagt hat willst du nicht für mich so Sachen machen aber es war für das Internet und da sagt er hast du eine Frau und da habe ich dich gefragt und habt ihr das genau so wie ich dir das erzählt habe was passieren wird gesagt oder habe ich dich überredet oder nein 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 das war ja ob dauernd wir ja auch zusammen und so das war ja wir hatten ja diese beiden Szenen da haben wir wirklich nur zusammen gedreht da war ja auch niemand anderes das waren ja die beiden Szenen bei ihm und so das fand ich eigentlich auch so ganz witzig also das war halt auch dieses Frauen im Sufgut direkt was du vorher erzählt das habe ich ja auch gemacht also ich habe dreimal sowas gedreht und bei Frauen im Sufgut zum Beispiel das war halt ultra witzig tatsächlich zu drehen aber wenn man sowas dann nachhinein sieht denkt man sich ach du hat gewaltige Kacke vor allem ich habe da das ist wirklich so ein so ein Running Gag was wirklich Leute immer noch sich so lustig machen was mir schreiben also ich habe einfach meine Freundinnen gegrüßt und ich sage eigentlich in diesem Video warte was sage ich da ich hoffe ihr liebt mich noch auch wenn ich betrunken bin und irgendwie so eine Kacke wo man sich hinterher einfach denkt was du laberst denn da so ne was wisst nicht was zu drehen aber wenn man das hinterher sieht das ist ja so diese diese Dinge manchmal wenn man betrunken ist man will das hinterher sich nicht mehr angucken aber das ist dann halt so Internet war dann wirklich voll die Scheiße und Lars hat eigentlich einen gequirlten Quark da zusammen du hast ja wirklich auch gekotzt also das ist wirklich so abgedreht ich sehe wo ich sage was diese super witzig zu drehen aber wenn man sich in der Eingang denkt man so ach gewaltige Scheiße ja ja das meint man so dass also ich glaube das war jetzt du verträgst ja auch nicht viel also kurz mal kurz also ich muss wirklich sagen ich habe mit den Szenen auch mal angeguckt und da ist ja einmal sind die ja auch online und alle zusammen im Park und ich muss jetzt ehrlich sagen ich hatte sogar ein relativ Grundpflege und ich war noch klar beim Bus ich labere zwar scheiße die labere ich auch manchmal auch schon nüchtern aber dann noch mehr scheiße als nüchtern also wirklich ganz abgedreht aber ich war nicht probatös andere die da weniger hatten waren schon probatös also ich betze dich ich habe viel vertragen also jetzt darf man nichts anderes ich habe es mir angeguckt nein ich habe jetzt habe ich mich auf den Schlips gefehlt ja aber wirklich so jetzt stelle ich dich jetzt mal gucken ob die Kamera auch Farbe ins Gesicht kriegt das war ja dann so so mit Getränks da habe ich sogar mitgetrunken weil das war ich dachte ich bin zusammen aber da war da war da war so ein gewöhnlich da mit Bierbein zu beinern mag da war noch Bierbein ja genau und dann so gesoffen und so und dann ging es ja dann an die der hat das auch sehr gut gemacht nicht wie Frauen im Supf der hat dann zum Beispiel die Frauen so besoffen torkeln lassen auf High Heels und so das war ja also war schon auch weniger um den Sex sondern mehr um ihn wirklich sich betrinken und talken und bei Frauen und Suft ging es dann wirklich um Abmübeln genau und wie gesagt das war ja dann bei uns so ich kann es ja beweisen ich mache den Hosenstall auf du solltest anschnappen und hast du mich erstmal von oben bis unten vollgereiert ja nur ob du wusstest worauf du dich ein das ist ja so deswegen sage ich ja das sind die schwierigsten Szenen für Mann du hast ja dann die ganze Pampe von oben bis unten und dann kriege ich erstmal einen hoch auf die Nummer aber soll ich ja jetzt rot werden also darf ich ich schäme aber ehrlich gesagt wenn du jetzt den Film nochmal anguckst es war schon dreschig so gesehen oder anschnappen wolltest und dann kam die Pappe so und das interessante war ja noch also erstens das Schlimme war ja der Typ wir hatten das alles geregelt wir hatten auch in der Location also wo wir gedreht haben konnten wir beide auch übernachten und dann hast du mich noch wo du dann breit warst noch da musste ich die ganze nacht noch an dir um reifen da haben wir noch das Bett kaputt gehackt und du mal jetzt irgendwie was war das so küssen ne sind die doch so abgeknutscht irgendwie ja ja krösslich oder so so richtig dominant jetzt krösslich oder so meine kondition ließ ja dann auch nach ich dachte oh man das machst du nie wieder so besoffener alte und jetzt kommt es Leute so wie sich das anhört gibt diese serie also jetzt auch für dvd wurde nochmal gemacht mit zwei bekannten darstellern und da hattest du das war das kurioser daran da hattest du mehr anfragen von frauen wie szenen du braucht ist wenn du sagtest so der auftraggeber hat gesagt ich brauche noch eine dvd mit vier szenen da hattest du zehn anfragen auch das würde ich gerne auch mal machen ja weil ich sag ihr das macht wirklich also ohne rips das sieht halt super brutal aus aber es ist halt unfassbar witzig zu drehen das ist ja auch vor der kamera sorgt das glaube ich doch alles brutaler als es ist weil eigentlich war die atmosphäre sogar recht angesehen auch wenn ich das sehe denke ich oh Gott aber ich kurz vor alkoholvergiftung steht dass die sich dann noch ins bett bringen und bla 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 auf dich aufpassen dass du nicht am erbrochenen kaputt bist da muss man sich drauf verlassen ja auf jeden fall das ist ja auch so schräg gewesen der fotograf der bei dieser produktion mit dabei war der kam hier aus Essen und da war ich den gefragt was machst du ja ich guck mir das immer im internet das finde ich so stark und jetzt arbeitet der da gratis um das zu sehen wie besoffen der hatte den Fetisch ja und das beäste war ja er sagt er ja das erregt mich aber wenn die Freundin von meiner Frau kommt dann fülle ich die alle ab wie die besoffen sind du hast ein Typ ja ich sag ja jeden er lebt wirklich alles also dinge wo man vorher dachte das gibt es gar nicht es gibt wirklich alles und man lernt wirklich alle möglichen facetten an menschen kennen das ist manchmal echt super weird und interessant oder also nein so beenden wir das heute ne ja aber ich denke mal wir haben es länger gemacht als das mal ihr kennt das ja alles was wir erzählen aber die Gesichtspunkte und die schon beim Gangbang mitgemacht haben oder Gangbang Filme geguckt haben oder so achtet mal drauf auf die blöde Gestalt die im Hintergrund aber wenn man das einmal sieht dann muss man immer drauf achten dann verfrischt das wenn du jetzt sag mal auf was so wird sie einen runter holt und sie hinten so eine Pappnase da mal rum stehen weißt ich komme damit nicht klar das fängt mir dann immer so an der guckt ja dann so als wer gar nicht weiß warum auf der welt ist oder so also beenden wir das jetzt sage ich mal wenn er das bei youtube schaut auf die glocke daumen hoch du hast geübt vor ich habe mir andere Podcast mal so angeguckt aber die sind noch in der Mitte drin bringen die noch so sachen und führen ihre t-shirt kollektion vor oder 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 hier was viel ist gerade bei den rappern irgendwie fitness sachen oder irgendwie in der werbung warum hast du den shop nicht also hast du auch gehört zu sagen der herr hat jetzt merch ja aber muss ja jetzt nicht weißt wenn schon dann muss was richtig übertreiben und der ganze scheiß muss rein ja also jetzt und mal so sagen mit dem daumen hoch und die auf die glocke drücken und abonnieren das ist ja sinnvoll aber jetzt hier nicht irgendein fitness getränk hoch halten aber dein t-shirt deine geile kollektion das machen wir das nächste mal dann stelle ich immer irgendwelche sachen vor zwischendurch oder versteckte werbung wenn sie hoch ein mit der tasse das ist aber jetzt der bad sims ja ja aber ich meine da müssen sie eine tasse machen und dann so heimlich schön trinken so ganz langsam oder auf fällig so genau aber jetzt wie gesagt schön dass ihr zu gesehen und zu gehört habt und wir sind jetzt also wir bemühen uns das Ding ziemlich zeitnah Teil 4 rauszubringen ja das war also alles zwei Wochen bis angesagt und wie gesagt wenn ihr Fragen wieder habt dann stellt sie uns und wir freuen uns auf nächstes Mal bis dann tschüss